Episode 137 Was es mit diesem Klatschen auf sich hat, erfährst du jetzt gleich nach dem Intro. Los geht's! Danke, dass ich dich in deinem Ohr besuchen darf, dass du mich hörst und dass die Zahl der Zuhörer immer mehr wird. Mittlerweile haben wir hier über 30.000 Downloads. Vielen, vielen Dank dafür. Damit hätte ich Anfang des Jahres noch nicht gerechnet und das zeigt, dass dir auch Spaß macht, hier zuzuhören. Mir macht es auf jeden Fall Spaß, für dich zu produzieren und da werde ich auch in 2021 erstmal nichts dran ändern. Und ich bin dankbar für all die Teilnehmer, die ich dieses Jahr, sei es bei E-Trainer Zertifizierungen begleiten durfte oder bei E-Trainer Ausbildungen als technischer Support oder Konferenzen, die ich begleitet habe, Fachtagungen, Barcamps. Vielen Dank euch alle für dieses Vertrauen und auch für die Momente, die ich dabei erleben durfte. Das ist für mich auch keine Selbstverständlichkeit. Und natürlich auch vielen Dank meinen vielen, vielen Zoom-Teilnehmern, denn dieses Jahr war wirklich auch für viele von euch so ein bisschen das Jahr der Digitalisierung und dieses, so jetzt müssen wir, egal ob wir wollen oder nicht, wir müssen jetzt auch die Füße in diese Online-Welt hineinstecken und da haben viele Zoom benutzt, was mich sehr gefreut hat. Und ich habe vielen geholfen, ich bin LinkedIn Learning sehr dankbar, dass ich mit ihnen den Kurs produziert habe und dort ganz viele tolle Erfahrungen gemacht habe. Ich weiß also, wie es ist, wenn man so eine Woche die gleichen Klamotten tragen darf, zumindestens für die Aufnahmen, damit man für dieses Video, was etwas über eine Stunde ist, dieses Zoom-Grundlagen-Wissen, dass man da auch immer gleich aussieht, einigermaßen die Haare gleich sind, die Lichtverhältnisse gleich sind und das ist ja hier zu Hause bei mir produziert und aufgenommen worden und damit hatte das Ganze nochmal ganz andere Herausforderungen und ich war dann auch wirklich froh, dass ich nach einer Woche bei über 30 Grad die Sachen mal dann doch in die Waschmaschine schmeißen durfte. Also auch das sind Learnings dieses Jahr, die ich einfach nicht missen möchte. Und ich bin Corona auch ein Stück weit sehr dankbar. Das mag jetzt ziemlich paradox klingen, denn wir sind hier verschont geblieben, auch wenn die Einschläge doch jetzt relativ nah gekommen sind, streckenweise auch. Aber trotzdem hat es bisher keinen aus meiner Familie erwischt und sollte es jemanden aus deiner Familie erwischt haben, hoffe ich, dass es dieser Person wieder besser geht und ihr keine Opfer da zu beklagen habt. Ich möchte mich auch bei den ganzen Menschen einfach bedanken, die das alles aufrechterhalten haben, denn auch das ist keine Selbstverständlichkeit. Und bei meinen Teilnehmern für diese vielen Fragen, die sie gestellt haben, diese vielen wertvollen Fragen, die auch mir nochmal dieses nächste Level gebracht haben. Denn ich gebe es zu, ich habe auch vor 2019, in 2019 auch noch mit PowerPoint gearbeitet und davon bin ich in 2020 weggegangen und habe so viel Freiheiten mir erlaubt, wie ich es mir eigentlich zuvor gar nicht erlaubt hätte, weil es undenkbar gewesen wäre. Und ich bin auch dankbar dafür, dass Corona mich in diesem Jahr dabei weiter unterstützt hat, dass ich seit November meinen Arbeitgeber, ich war dort jetzt über sechs Jahre in Elternzeit, im Prinzip mich von ihm verabschieden konnte und sagen konnte, dass ich nicht mehr zurückkehre. Ob ich das ganz ohne Corona gemacht hätte, mit Sicherheit auch, aber dann wäre das für mich nochmal ein ganz anderes Feeling gewesen. Also von daher bin ich auch da sehr dankbar. Ich weiß, es hat viele erwischt und denen ist es wirtschaftlich dieses Jahr nicht so gut gegangen. Und da hoffe ich einfach, dass sich 2021 da auch wieder für euch, für dich verändert. Und alle, die jetzt so auf den Zug der Digitalisierung aufspringen, glaubt mir, es ist nicht zu spät. Die Digitalisierung steckt immer noch in den Kinderschuhen. Wenn ich mir das Level bei den E-Trainer-Ausbildungen angucke, von den E-Trainern-Ausbildungen, die ich 2019 noch begleitet habe und jetzt so ab April stelle ich fest, dass da auch mittlerweile ein ganz anderes Level ist. Und ich bin da sehr dankbar, dass ich auch dort merke, das nächste Level ist erreicht. Aber es wird noch ein Level kommen danach. Wir sind noch nicht am Ende der Digitalisierung. Ganz im Gegenteil. Aus meiner Sicht fängt sie jetzt gerade erst richtig an. Und ich bin ja für vieles einfach dankbar, für viele tolle Momente, ob virtuelle Art oder dann auch in Präsenz, auch wenn dieses Jahr Präsenz doch sehr rar gesät war. Ich bin dankbar, dass ich auch einen tollen Partner mit Allopage gefunden habe und dort als Certified Assistant von Allopage tätig bin. Das heißt also, dass ich auch den Kunden von Allopage helfe, ihre Online-Produkte auf den Markt zu bringen und schöner auf den Markt zu bringen, sodass auch dort die Kunden viel besser abgeholt werden. Und ich habe es auch dieses Jahr noch geschafft, auch eigene Kunden bei Allopage weiterzuhelfen und dort das nächste Level zu erreichen. Da wird dich nächstes Jahr auch noch was ganz Tolles erwarten. Zu viel möchte ich jetzt noch nicht verraten. Aber ich habe dort auch eine tolle Community gefunden, die wertschätzend ist, die sich unterstützt und auch mit Allopage einen tollen Partner, wo ich einfach sage, die Jungs machen einen richtig guten Job und sind auch immer mehr auf dem Weg, sich weiterzuentwickeln und zu verbessern. Und das ist es auch, das nächste Level zu erreichen, auch bei den digitalen Produkten. Und deswegen glaube ich umso mehr, dass da noch viel mehr geht und wir gerade erst am Anfang stehen von noch viel mehr Sachen, die dort irgendwann mal auf uns zukommen werden. Ich bin dankbar meiner Familie, dass die Mädels hier so toll mitgemacht haben, immer wieder das mit den Masken ertragen haben, und dass die Große auch selber jetzt eine Maske tragen darf seit November und sie das auch alles super gut handelt und damit umgehen kann und dass es ihr nichts ausmacht und dass auch die Kleine hier damit super gut zurechtkommt. Wie es da mal wieder ist, wenn die beiden dann in den Kindergarten zurückgehen, wird sich dann zeigen, denn nach der Eingewöhnungsphase von der Kleinen kam dann ja schon fast wieder der nächste Lockdown. Von daher muss man einfach mal schauen, wie sich das alles jetzt im kommenden Jahr entwickeln wird. Ansonsten bin ich auch Franz sehr dankbar, dem ich nicht nur mit seinen Elo-Page-Produkten helfen durfte und auch da seinen Kurs ziemlich pimpen durfte und auf das nächste Level gebracht habe und auch da viel gemeinsam mit ihm gelernt habe, sondern dass er auch viel online machen konnte. Denn auch seine Präsenzaufträge sind ja dieses Jahr komplett weggebrochen und ich bin froh, dass er schon seit 2018 auch digitale Produkte hat in Form von einem Online-Kurs und da sind wir auch dran und basteln gerade und ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Und ansonsten bin ich dankbar, dass wir gesund sind. Ich wünsche dir ganz viel Gesundheit. Ich habe noch ganz viel auf meinem Wunschzettel, sowohl auf dem Elo-Page-Wunschzettel stehen, wobei ich da jetzt auch schon gehört habe vom Tolga, dass dann in 2021 noch ganz tolle Sachen auch auf mich zukommen werden. Und ja, ich bin einfach dankbar, so einen tollen Partner an der Seite zu haben. Ich bin dankbar, dass ich mit Franz zusammen bin, dass wir zwei tolle, wunderbare Mädels haben und ich bin auch gespannt, wie es mit Zoom weitergeht. Und es wird ja jetzt von mir, na, wahrscheinlich erst Anfang des Jahres, ein Safety First geben. Und ich kann dir so viel schon mal verraten. Es wird kein Workbook, es wird keine PDF und es wird kein Online-Kurs dazu. Es ist ein Freebie und ich bin gerade dabei, dieses Freebie für dich zu produzieren. Und ich bin auch dabei, mir zu überlegen, was denn dieser Zoomst du schon oder Skypest du noch Quiz, der ja doch etwas jetzt in die Jahre gekommen ist, den wird es so auch nicht mehr geben. Den habe ich schon Mitte des Jahres eingestampft und der wird dann auch noch mal auf ein neues Level gehoben und sich wandeln. Und der Titel steht schon seit fünf Monaten fest, seitdem ich den Zoomst du schon oder Skypest du noch Kurs eingedampft habe. Seitdem steht auch der Name fest für den neuen Kurs. Er existiert auch soweit schon. Ich habe es nur leider nicht geschafft, bisher die Videos zu produzieren, weil ich immer wieder auf Fachtagungen dabei war oder auf Konferenzen oder halt jetzt auch noch vor Weihnachten über 24 Zumschulungen im Bereich Basic, Advanced und Pro gegeben habe, worüber ich sehr dankbar bin und worüber auch die Teilnehmer sehr dankbar waren, denn auch sie sind jetzt auf einem ganz anderen Niveau und selbst die, die schon mit Zoom ganz viel Erfahrung gesammelt haben, gaben mir immer wieder das Feedback, hey, es war so mega. Vielen Dank. Und wir konnten so viel für uns mitnehmen und ich habe auch ganz viel noch Didaktik-Teilnehmern mitgeben dürfen, nicht nur jetzt bei diesem Kurs, sondern auch bei zwei anderen Kursen und das ist natürlich das, wo ich auch mega viel Spaß habe. Also sei gespannt, was da noch kommt. Ich werde dich auf jeden Fall hier auf den Laufenden halten. Tu mir bitte einen Gefallen. Ich wünsche dir ganz viel Gesundheit. Ich wünsche deiner Familie ganz viel Gesundheit, dein Lieben um dich herum und ich freue mich einfach, wenn ich dann auch in 2021 wieder in deinem Ohr sein darf. Deine Mareike Ich wünsche dir ganz viel Gesundheit. Ich wünsche dir ganz viel Gesundheit.